Seit fünf Jahren führe ich das Haus Mastimpert jetzt in Eigenregie und bin insgesamt zwölf Jahre schon dort. Meine Eltern waren Volksbankkunden, mein Onkel Herr Mastimpert, Frau Mastimpert waren Volksbankkunden. Das ist natürlich ganz automatisch, dass man auch Volksbankkunde wird und man fühlt sich da pudelwohl. Man ist top zufrieden, deswegen hat man das an die Kinder auch weitergegeben. Ist gut, ja. Ja, wir sind Feuerwehrleute, eben bei der Feuerwehr draußen seit einigen Jahren. Wir haben, denke ich, da schon den ein oder anderen Einsatz mitfahren können. Wir sind Kunden der Volksbank. Naja, wie wir sagen, Volksbank macht den Weg frei und wir sind für Sie da. Immer! Ja, also ich habe mein Konto bei der Volksbank schon, ich glaube, das war auch das erste Konto, was ich jemals eingerichtet habe. Und seitdem war ich eigentlich immer sehr zufrieden wirklich mit dem Service der Volksbank gewesen. Und ich glaube auch... Es gibt mit Sicherheit so viele schöne Inseln, aber allein dann das Gefühl. Und bei mir ist es auch so, ich komme auf die Fähre und dann fällt alles von einem ab. Ja, und einmal im Jahr fahren wir zusammen. Genau. Nur Papa und Tochter. Ja, aber es macht Norderney einzigartig. Ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache. Man kommt irgendwo hin, fühlt sich zu Hause. Ja, die Volksbank ist auch wie zu Hause fühlen. Man fühlt sich da sicher. Und das ist dann auch so dieses Geborgen zu Hause fühlen. Das ist eine Probe der Blasmusik St. Marien. Also ich möchte mal sagen, man schaltet komplett ab vom Alltagsgeschehen. Ja, man findet Freunde und man macht mal was anderes außer Arbeiten oder Schule. Macht Spaß, ist sehr abwechslungsreich. Ja, und außerdem muss man da sein Ego mal ein bisschen zurücknehmen. Oder auch mal durchsetzen. Kommt drauf an. Ich bin halt Kunde geworden vor 30 Jahren, zu Beginn meiner Ausbildung. Und habe mich da bei der Volksbank einfach mal beraten lassen. Habe mich gut aufgehoben gefühlt. Und wie gesagt, da sind jetzt mittlerweile 30 Jahre raus geworden. Seitdem ich geboren bin mit meinem Sparbuch, also 21 Jahre. Dass man gemeinsam was erreicht, gemeinsam Ziele vertritt. Wir haben die Pferde jetzt seit einem Jahr hier stehen. Und das ist sehr viel Arbeit, aber macht auch sehr viel Spaß. Und das ist die richtige Entspannung, wenn man viel arbeiten muss und sonst viel um die Ohren hat. Mir macht sowas viel Spaß, ohne Sattel zu reiten. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind sowohl geschäftlich mit unserem Geschäftskonto bei der Volksbank, als auch mit unseren Privatkonten. Und wir sind sehr gut damit zufrieden. Meine drei Kinder, ich habe drei Töchter, die sind auch alle Mitglied seit der Geburt an. Ich bin seit über 40 Jahren hier als Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied tätig. Und habe in den letzten zwei, drei Jahren eben auch den Tobe zum Fußball herangeführt mit seinem Vater. Und da bin ich also auch schon in dieser ganzen Zeit Mitglied der Volksbank. In dem Verein sind wir also auch sehr, sehr bodenständig und freuen uns immer wieder über die Unterstützung der Volksbank Wulfen, die also hier jahrelang eben vor allen Dingen die Jugendarbeit unterstützt hat. Und wir haben in der Volksbank immer einen verlässlichen Partner. Wenn wir gerade an unsere Jugendturniere denken, bekommen wir eben alle mögliche Unterstützung. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Firma gibt es seit 1899 und ich mache es in der vierten Generation jetzt. Ich habe schon immer gerne mit Holz gearbeitet und habe immer zugeguckt, wenn mein Vater oder meine Großeltern schon mit Holz gearbeitet haben. Also ich will das auch weiter machen, später. Also in die fünfte Generation dann gehen. Ich bin auch noch nie bei einer anderen Bank gewesen. Für mich ist auch immer eine langjährige, gute Beziehung wichtig. Und das habe ich bisher immer erfahren. Ich finde den Weltkindertag da immer ganz schön. Wenn man dann da mit seiner Spardose immer ankam und dann haben die das ausgeleert, dann hat man noch so ein schönes Geschenk bekommen. Das fand ich immer cool. Ich habe am 1. August 1968 die kaufmännische Ausbildung begonnen. Und seitdem bin ich bei der Volksbank. Ich habe es bisher noch nie bereut, weil der Service der Bank in Ordnung ist und ich bisher auch alles, was machbar war, über die Volksbank auch finanziert habe. Und ich bin immer still zufrieden. Ja, es ist mittlerweile so, dass wir mehrere Konten haben bei der Volksbank. Meine Tochter, mein Schwiegersohn, sogar mein Enkelkind hat schon einen Sparvertrag dort mit drei Jahren. Der einzige, der noch keinen Konto hat, ist unser Hund Bobby. Aber da arbeiten wir dran. Und du hast auch schon ein Konto bei der Volksbank? Ja, ne? Ja, ne? Untertitelung des ZDF, 2020